Hallo Freunde und willkommen zum neuen Vlog Video. Ich und Kevin sind gerade auf einer kleinen Reise, bzw. wir schauen uns gerade ein neues Lost Place an und wir wollen euch unbedingt mitnehmen. Ob es euch gefallen wird, das werden die Daumen nach oben entscheiden. Wir hoffen es natürlich und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Okay, weiter geht's. Mal was kurz testen, was mehr weh tut. Sagst du mir, ob das mehr weh tat oder die Seite? Okay, das war wahrscheinlich ein Essensaufzug. Das ist ja erstmal die erste Etage. Ich dachte wir sind schon viel weiter oben. Das ist erstmal der übelste geile Treppenaufgang da vorne. Okay, ich würde sagen wir gehen jetzt mal hoch. Krass hier ist ein Loch. Da kannst du durchs Dach gucken. Der Treppenaufgang ist mal übelst geil. Das ist so typisch DDR, ne? Diese weiche PVC-Bose. Ach, guck dir das an. Das ist Kunstwerk kann das weg. Uh, das ist heftig, das ist heftig. Kann das wirklich von da oben? Ne, das haben wir dich heraufgetragen. Wow, ich finde das mega heftig. Ich weiß nicht, das sieht nur so aus, als wäre das hier hingeräumt. Ich weiß, das ist komisch, aber als hätte man das durchgebrochen. Mutwillig. Die sind dann schön hier aufgestapelt oder? Keine Ahnung. Das ist mir so ein bisschen zusammengekehrt hier so. Weiß man nicht. Ach, hier sind die Treppen. Ich habe sie gesehen. Und da gehts auch runter. Und das waren Toiletten wahrscheinlich. Weißt du, dass ihr wirklich gerne Fotos machen könnt? Ja, ist schon hart. Mega nice. Ach, schrecklich. Entschuldigung. Ich dachte, alles war gut. Okay, hier haben wir keine Tür. Überzeige. Aha. Was war das? Das stinkt auf jeden Fall. Das ist gefährlich. Gefährlich irgendwie. Okay. Oh. Sieht schön aus. Oh, die scheiß Nägel. Überall scheiß Nägel. Da kann man voll durchgucken. Okay. Okay, das kann von oben. Oh, du Scheiße. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber es wird ja nicht alles mit immer einstürzen, oder? Na dann. Da hoch. Auf dieser Leiter. Wünscht mir Glück. Oh, der Panzerfahrer David. Oh, das ist heftig. In den Anden war er unterwegs. Panzerfahrer David. Das letzte Woche geht's ab nach Moskau. Rooftop Climbing. Sonne. Gegenlicht. Halb, halb. Er entdeckt gerade die Fotografie für sich. Süß, ne? Mach's nicht. Das kann alles einbrechen. Lass es doch mal. Hast du es gehört? Da gaben mächtige Rumser. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir unten sogar den Schornstein wieder. Wir machen den Lecria rein und sehen wir, ob das richtig ist. Und das war unsere kleine Reise. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch dieses kleine Vlog-Special gefallen hat. Und wir würden uns über Feedback natürlich von euch freuen. Vielleicht hat der ein oder andere sogar noch Vorschläge, wo wir demnächst mal hingehen können. Wenn ihr jetzt noch mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst einfach ein Abo da und klickt jetzt auf Gefällt mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.